So, ich habe den Fehler aller Probleme gefunden. Es lag nicht an den ganzen Daten löschen, die wir bei dem Netz machen mussten, sondern es ist ein ganz simpler Punkt. Aber darauf muss man auch erstmal kommen. Und zwar gehen wir einfach nochmal alles durch. Bluetooth aktivieren. Ich habe jetzt auch vorher keine Daten gelöscht. So, dann drüben wir die Harte. Geht auf Search nochmal. Ich schläge den Tag mal hier hin. Den Reaming Mode ist hier schon alles eingestellt, also keine Probleme. EME aktivieren. Okay. Gut, rechte verteilen. Alles klar. So, gehen wir wieder in das als bekannte Spiel. Jetzt passt auf. Es funktioniert nichts. Ja, weil die Tasten funktionieren normalerweise auch. Jetzt gehen wir einfach in diese Multitasking-Taste drücken. Zieh einmal den weg. Und schwuppdiwupp. Das hat meine Schlecht gesehen. Ich drücke nach links. Ich drücke nach rechts. Ich drücke nach unten. Es funktioniert alles. Und das ist der einzigste Punkt, wobei das immer nur gelegen hat. Viel Spaß beim Zocken.